Das vierte Buch Mose Das vierte Buch Mose heißt in Lateinisch auch Numeri. Warum und was es bedeutet, wirst du merken, wenn ich dir die ersten Verse aus diesem Buch vorlese. Dieser kurze Abschnitt sagt schon vieles über den Ort, das Datum und den Inhalt dieses Buches und damit über den Platz, den es in der Geschichte hat. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai, in der Stiftshütte, am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren, und sprach, Das vierte Buch Mose heißt auch Numeri, weil wir hier die Nummern oder Ergebnisse der Volkszählung haben. Es wurden nur die wehrfähigen Soldaten des Volkes gezählt, und in Kapitel 2, Vers 32 wird uns die gesamte Zahl genannt, nämlich 603.550 Mann. Weiter sehen wir in diesem Buch, dass es eine Fortsetzung von zweiten und dritten Mose ist. Im zweiten Buch Mose befindet sich das Volk am Sinai, wo es nach seinem Auszug aus Ägypten gelagert und die zehn Gebote erhalten hatte. Das dritte Buch Mose umfasst nur eine Zeitspanne von etwa 50 Tagen und ist ein eingeschobener Bericht. Das vierte Buch Mose ist nun die Fortsetzung, eigentlich vom zweiten. In den gelesenen Versen haben wir eine genaue Zeitangabe. Am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr. Es waren also schon ein Jahr und ein Monat vergangen, seit Israel Ägypten verlassen hatte, denn sie begannen Jahre und Tage von dem Moment ihres Auszugs an zu zählen. Also hatten sie nun schon eine gute Zeit am Sinai gelagert, hatten die Stiftshütte gebaut und eingeweiht, die Priester hatten ihren Dienst aufgenommen und die erste Begeisterung über den Auszug war schon vergangen. Das Buch Numeri umfasst nun eine grössere geschichtliche Zeitspanne, nämlich fast 40 Jahre. Deshalb können uns die Ereignisse dieser Zeit nicht alle und nicht bis ins Kleinste berichtet werden. Numeri, oder das vierte Buch Mose, ist das Buch der eigentlichen Wüstenwanderung. Es beginnt beim Aufbruch am Sinai und beschreibt die Jahre in der Wüste bis vor die Tore des verheißenen Landes. Das letzte Buch des Pentateuches, das sind die fünf ersten Bücher der Bibel, ist Deuteronomium, oder das fünfte Buch Mose. Es enthält hauptsächlich die Abschiedsreden Moses, bevor das Volk unter der Führung Josuas das heilige Land betritt. Dieses Buch umfasst nur einen Zeitraum von höchstens zwei Monaten. Doch zurück zu Numeri. Die ersten Kapitel sind also hauptsächlich Zahlen und Namen. Es war Gott wichtig, dass die Personen und Familien mit ihren Angehörigen registriert und dokumentiert wurden. Welche Bedeutung und Lehren dieses Kapitel für uns heute haben, kannst du dir ja mal selbst überlegen. Eines der wichtigsten Ereignisse in Numeri ist in Kapitel 13 die Aussendung und Rückkehr der Kundschafter. Die Situation war folgende. Ganz Israel war nach seinem Aufbruch vom Sinai bis zur Wüste Paran gekommen und hatte sich da an der Grenze zu Kanaan gelagert. Der Ort hieß Kaddisch und die Erfahrung, die das Volk dort machte, sollte es nicht so schnell wieder vergessen. Bevor das Volk in das verheißene Land einziehen konnte, sollte Mose auf Gottes Befehl erst einmal ein paar Männer vorausschicken, die das Land erkunden sollten. Es war ja das Land ihrer Väter, das ihnen nun gehören sollte. Doch niemand kannte es und niemand wusste, wie es dort aussah. Also wurden von jedem der zwölf Stämme Israels ein Mann ausgewählt, um sich heimlich in das vor ihnen liegende Land zu schleichen. Diese zwölf Männer sollten feststellen, ob dort Menschen wohnten, ob sie feindlich waren, ob es große Städte gab und wie weit sie befestigt waren. Sie sollten nach dem Land sehen, ob es kultiviert und bebaut war, was angebaut wurde und so weiter. Mit diesem Auftrag gingen die zwölf Männer los und durchstreiften ganz Kanaan. Nach sechs Wochen kamen sie wieder zurück zu dem wartenden Volk und gaben ihren Bericht in aller Öffentlichkeit ab. Das Land, das wir durchstreift haben, ist sehr gut, erzählten sie. Man kann wirklich sagen, dass Milch und Honig darin fließt. Die Früchte sind gewaltig. Und als Beweis hatten sie einige Granatäpfel und Feigen und eine riesengroße Weintraube mitgebracht, die zwei Männer auf einem Stock zwischen sich tragen mussten. Aber, so sagten dann einige der Kundschafter, die Menschen, die im Land wohnen, die sind gefährlich. Sie sind riesengroß und bärenstark und sie wohnen in großen, befestigten Städten. Die Bewohner werden es nie zulassen, dass wir das Land betreten. Sie werden uns alle umbringen und vertreiben. Das war ja nicht sehr ermutigend. Zwei unter diesen Kundschaftern jedoch erhoben Widerspruch. Ganz so schlimm ist es ja nicht, protestierten sie. Die Menschen sind zwar groß und stark, aber wer sagt denn, dass wir sie nicht bezwingen können? Vor allem müsst ihr damit rechnen, dass Gott auf unserer Seite ist. So sagten Joshua und Kaleb, die auch unter den Kundschaftern waren, aber die Sache mit ganz anderen Augen sahen. Doch ihr Einwand kam schon zu spät. Das Volk hörte lieber auf den negativen Bericht und begann sofort zu weinen und zu murren. Jetzt war alles zum Sonst, sagten sie, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Sie zweifelten an Gottes Führung, an seinen Geboten und Plänen. Und schon sprach einer zum anderen, lasst uns einen neuen Hauptmann wählen und wieder zurück nach Ägypten ziehen. Das war aber durchaus nicht der Plan Gottes und das Volk war im Begriff, eine fatale Fehlentscheidung zu treffen. Da griff Gott ein. Er war sehr zornig über das Verhalten seines Volkes. Als Strafe wollte er sie alle durch eine Pest umbringen und nur Mose leben lassen, um aus ihm ein neues Volk zu machen. Erst nach einem langen Gebetskampf mit Mose ließ Gott sich umstimmen. Doch eine Strafe müssen die Widerspenstigen bekommen. Sie haben Gott nicht vertraut und wollten nicht gehorchen. Sie haben das gute Land, das er in Liebe für sie ausgesucht hatte, verworfen. Gott traf eine folgenschwere Entscheidung und ließ dem Volk sein Urteil verkündigen. Keiner von den Erwachsenen, die heute gemurrt haben und unzufrieden waren, dürfen das Land Kanaan je betreten. Sie sollen alle in dieser Wüste umkommen. Aber das soll nicht gleich geschehen, sondern im Laufe von 40 Jahren. Das war Gottes Strafe. So lange sollte das Volk unsteht in der Wüste hin und her ziehen, bis die Generation derer, die aus Ägypten gekommen war, ausgestorben sei. Erst die neue Generation, die sich kaum noch an Ägypten erinnern konnte, sollte dann in das verheißene Land einziehen dürfen. Nun beginnt für das Volk eine lange Zeit des ziellosen Wanderns in der Wüste. Diese Jahre gehören neben der Zeit in Ägypten und der babylonischen Gefangenschaft zu den dunkelsten der Existenz des Volkes Gottes. Weißt du noch, warum Israel 40 Jahre in der Wüste umherirren musste, bevor er es ins verheißene Land einziehen konnte? Ja, es war, weil sie dem Herrn nicht vertrauten, dass er sie auch in ein Land bringen konnte, wo starke, große und wehrhafte Menschen lebten. Kleinglaube war also die Ursache für ihre Strafe. Nun können wir aber drei wichtige, interessante Lektionen für uns heute aus dieser Geschichte lernen. Erstens, es gibt gewöhnlich zwei Gesichtspunkte, die Welt zu betrachten. Der eine ist der menschliche Gesichtspunkt. Zehn Kundschafter sahen ihre Lage von diesem Standpunkt aus. Weil sie Gott nicht in ihre Überlegungen einkalkulierten, mussten sie vor einer Konfrontation mit den Kanaanitern abraten. Joshua und Kaleb sahen die Dinge jedoch mit anderen Augen. Sie waren realistisch, aber sie rechneten auch mit Gott. Ja, sagten sie, das Volk ist groß und stark, das da im Lande wohnt, aber wenn der Herr mit uns ist, so werden wir das Land einnehmen können. Diese Männer rechneten mit Gott und brauchten die Menschen nicht zu fürchten. Sie sahen die Dinge von einem geistlichen Standpunkt aus. Wenn du anfängst, in Gott zu vertrauen, dann werden auch viele Dinge in deinem Leben ein ganz anderes Aussehen bekommen. Zweitens, Negativismus steckt sehr schnell an. Zehn Männer gaben einen negativen Bericht und schon fing ein ganzes Volk an zu weinen und zu zagen. Als sie die mutmachenden Worte der anderen beiden Kundschafter hörten, waren sie schon nicht mehr fähig, klar zu denken. Jeder von uns übt irgendeinen Einfluss auf seine Umwelt aus, entweder einem positiven oder einem negativen. Es ist leichter, negativ zu sein und zu kritisieren und zu klagen. Dafür findet man auch viel eher offene Ohren. Was die Welt aber braucht und was ihr helfen kann, sind nicht nur Klagen und Kritik, sondern Ermutigung und ein guter, positiver Einfluss. Aber nicht nur das Volk ist bereiter, gleich alles schwarz zu sehen und aufzugeben, sondern auch jeder von uns. Wir sind in der Gefahr, uns von Kritikern das Glück, den Sieg und das verheißene Land rauben zu lassen. Darum bemühe dich, auf die gute Nachricht zu hören und lass dich nicht zu all den entmutigenden Einflüssen hinziehen. Drittens lernen wir noch aus der Geschichte von den Kundschaftern, dass Unglaube bestraft wird. 40 Jahre in der Wüste ohne Richtung und Ziel zu wandern bis zu ihrem Tod, das war die Strafe für den Unglauben des Volkes. Es glaubte nicht, dass es mit Gott Siege erringen könnte. Es glaubte nicht, dass Gott ihm wirklich dieses Land zugesagt hatte. Es glaubte nicht, dass es bis jetzt von Gott geführt war und in seinem Plan und Willen stand. Zweifel und Unglaube ist schon an und für sich ein Stadium, das einen gesunden Menschen krank machen kann. Ungewissheit kostet Nerven. Wer zweifelt, schadet sich selber, macht sich unglücklich und krank. Aber das ist noch nicht alles. Zweifel und Kleinglaube, Gottes Verheißungen und seinem Wort gegenüber, führen auch zu einer Strafe von Gottes Seite. Ein Mensch, der an Gottes Aussagen zweifelt, erklärt damit Gott als unglaubwürdig und stellt ihn als Lügner dar. Das ist eine schwere Beleidigung Gottes. Und auch wer Gott heute als Lügner hinstellt, wird diese Position nicht ungestraft behalten. Israel hatte bei dem Auszug aus Ägypten und bei seiner bisherigen Wanderung durch die Wüste viele Zeichen und Wunder Gottes erlebt. Gott hatte ihnen geholfen und Unmögliches möglich gemacht. Sie hatten wirklich nicht viel Grund, nun an solchem Unglauben zu versinken. Möge Gott uns davor bewahren, in die gleichen Fehler zu verfallen, wie sein Volk in diesem Buch. Wir beten. Ich lade dich ein, ruhig in Gedanken mitzubeten. Der Kontakt und das Gespräch mit Gott sind sehr wichtig für unser geistliches Leben. Herr Jesus, vergib, wo wir andere negativ beeinflusst haben, wo wir kleingläubig waren und nicht mit dir und deiner Allmacht gerechnet haben. Wir wollen dir von heute ab unerschütterlich glauben und dir gehorchen. Hilf uns darin. Amen.